...auf der dritte Klassiert zum gestrigen Trainingstag, der René Wilger, der Schreiner aus Oberutzwil, mit einem Golf-Achtventiler. Hinter in die Zeit, die zweitschnellste in der 1400er Klasse, fährt Rausendäch, Christoph Rohr, heisst 35. Start, der Start klar, macht sich jetzt der Mazda 323-Pilot, der Werkstattchef der Gahar Schneider, er kommt durch Schwarzenburg, heisst Bursen-Füttrich. ...und der Mazda 323-Pilot, jetzt nicht am Start... ...und im Fernendialech, der Dino Bürki. Der Dino Bürki mit dem 919i, mit dem VE Polo 2, 16-Ventiler-Motor, hat da drin, sequenziell... 819i, mit dem einen 219i, mit dem 135-8. Manuel Wenger, neue Bestzeit in der 1600er Klasse, 1,33-39. Hier kommt der Polo. Also momentan der schnellste bei der 1600er, der Manuel, der Manuel Wenger mit 1,33-39. Martin Bürki, gestern mit 1.28.68, ist er bereits unter seinem Streckerekord in der 16.00-Klasse gefahren. Bürki, die Neubesleugung ist. Der Streckerekord in einer Kategorie 1.29.49 ist der Rekord von Martin Bürki aus dem Jahr 2010. 10. Jetzt schauen wir noch auf den René Milger. René Milger, ein 4.6. Grad, Rea, 4.1. Wir warten auf die Zeit von Martin Bürki, während dem und bereits die ersten Teilnehmer. In der Klasse 16.00 bis 2.000 cm³ können die Bürki-Wand mit Andi Kreppemeier mit dem CKD 1.31.51. In der Klasse bis 2.000 cm³ im Moment der Chef. Wer ist denn in der 2.0-Klasse? 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 Zeit vom Marcel Fellmann, 1-38, 0-7-3. der Humilroth aus Zürich ist gestartet. Zeit vom Günter Schwab, 1-37, 0-6-3. Im Moment, für Rang zwei. Der KdC ist sehr 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 hoch. Wir vergleichen die KdC Zeiten immer zwischen den deutschen Teilnehmern und den Schweizer. Im Moment warten wir ab, bis alle der ersten Leiter abgültigen. Die Sitzung von Günther Schlaas, die habe ich gesagt, er ist zu einem höheren Preis 38, 63. Gestartet ist 932, Randy Spring mit dem BMW 318 und den reklassierten von gestern ebenfalls gestartet, der XB 29-Jährige, Kfz Mech aus... 934, ihm macht sich parat, wer ist es, der Sepp Wüst mit dem Renault Clio. Die Sitzung von Stefan Böhler, 138, 63. Die Sitzung von Patrick Krümpfer, 138, 1SR. Die Sitzung von Patrick Krümpfer, 138, 1SR. Die Sitzung von Patrick Krümpfer, 138, 1SR.